Salve! Wusstest du, dass Video eine lateinische Form ist? Sie kommt vom Wort videre und heißt ich sehe. Es gibt natürlich noch weitere Formen von videre, wie zum Beispiel vides, du siehst, videt, er sieht, videmus, wir sehen. Schau dir mal die lateinischen und die deutschen Formen an. Was fällt auf? Richtig, die lateinischen Formen bestehen immer nur aus einem Wort, die deutschen aus zwei Wörtern. Seltsam, oder? Woher wusste ein Römer, welche Person etwas sieht? Und nach welchen Regeln wird videre gebildet? Wenn sich eine Verbform ändert, so nennt man das Konjugation. Das Thema unseres Videos lautet daher die Konjugation lateinischer Verben. Heute lernst du, wie ein lateinisches Verb gebildet wird und dass es sich aus Stamm und Endung zusammensetzt. Du lernst verschiedene Konjugationsklassen kennen. Am Ende erfährst du den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Vielen Dank.